Ich denke, das kann ich erst mal so lassen. Die können halt ganz offensichtlich nicht klettern. Da ist eine Fettraube. Und da noch eine. Egal. Dann mal keine Fettrauben. Das heißt, es sieht nach einem größeren Lager aus, ne? Ja, das ist ein deutlich größeres Lager. Da fahre, Kämpfer. Euch habe ich gesucht. Ja. 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 Ah, super. Der ist einfach stehen geblieben. Ich treffe nicht mal ein stehendes Ziel. Traurig. Ein anderer Typ scheint da auch noch zu sein, ne? Ja. 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 Das war doof geziert. Tiefer. Tiefer. Nicht mehr grillen. Verdammt. Die brauchen mehr Pfeile. Oh, der andere ist wieder da. Die brauchen mehr Pfeile. Die brauchen mehr Pfeile. Die brauchen mehr Pfeile. Der könnte mir noch gefährlich werden, wenn ich den nicht weghaue. Aber der ist ja alleine, ne? Die brauchen mehr Pfeile. Habe ich die Sachen jetzt eingesammelt oder nicht? Ja, habe ich. Gesalzene Beeren. Okay. 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 sind die wohl schon diesbunt. Schade, aber passiert. Wer bist du, Schade? Warte, was? Ich dachte, da fahren sind Kannibalen, die so oder so mich angreifen. Wieso redet er mit mir? Jetzt ist es wieder viel zu dunkel. War der aus Haut? Öh. Ja, wahrscheinlich Tierhaut. Trotzdem öh. Ein kleiner Zwischen... Eine kleine Zwischen... Eine kleine Zwischenmahlzeit. Schmackhaft und süß. Jetzt habe ich es. So wie es da steht, vorgelesen. Okay. Unsere Rüstung liegt jetzt bei 79. Moment. Wenn ich jetzt wieder die hier anziehe... Bei 78. Okay, das heißt, die ist besser. Wenn auch nur um 1. Rüstungsgewicht ist mittel. Ist also ganz okay so. Die Frage ist jetzt, schaffe ich es wirklich, ohne in den Nahkampf überzugehen, dieses komplette Daffari-Lager auszulöschen, damit ich es erkunden kann. Ich soll es ja nur auskundschaften. Ich habe meine Tablette noch gar nicht genommen. Ähm, fällt mir gerade auf. Können wir ja machen, während wir darauf warten, dass hier eigentlich wieder tagen wird in dem Spiel. So ein richtig schöner, verdünnter Eistee. Gibt kaum was Besseres. Ich hoffe nur, jetzt ist kein Sandsturm hier, ne? Ich hoffe nur, dass die Zeit noch nicht ist. Das wäre sonst jetzt richtig schlecht. So, was fehlt mit den Ästen, ne? Ja gut, mir fehlt zugesend beides für weitere Pfeile. Die beiden stellen wir her. Wir brauchen mehr Stein und mehr Äste. So wie es aktuell aussieht, mehr Stein als Äste. Bei Äste haben wir noch ein paar, aber Stein kostet keine mehr. Wie viel kommen da raus? Zehn, passt ja. Ich sollte vielleicht nicht so von unten machen. Hier sind die Bäume ein wenig im Weg. Ach du Heilige. Danke schön für deinen Raid und Hallöchen an die elf Leute, die mitgezogen sind. Ich gehe nicht davon aus, dass die friedlich sind. Na, wie geht's euch? Verdammt, ich bin überlastet. Äh. Das ist nicht so gut. Ich futter jetzt einfach nur, bis ich wieder... Ich weiß ja eh nicht wohl mehr die ganze Fleisch. Ja, 99. So. Mir geht es ganz fein. Das ist Schuh. Doch, doch, wir sind friedlich. Ja. Ich weiß, dass du weißt, dass ich das Game meinte. Also alles gut. Eigentlich ist da ein Überfall. Überfall. Rück deine Bläschen raus. Was? Wieso Überfall? Ich habe gar nichts getan. Und ich habe gerade vergessen, was ich wollte. Weile wollte ich machen. Ich gebe mir sicher die Greifen an. Dachte ich mir schon. Vielleicht kriege ich ihn ja einzeln weggelockt, dass niemand anderes folgt. Dann kann ich den im Nahkampf bezwingen. Da fahr ich Tänzer. Okay. Also der sollte an sich... ...absolut kein Gegner sein. Genau. Sechs. Wo liegt er? Es ist halt immer noch viel zu dunkel hier. Wo liegt er denn jetzt? Nein. Sandsturm. Und ich habe kein bisschen Zuflucht. Ich glaube nicht, dass der Zufluchtsort hier reicht. Verdammt. Hübs. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Das wollte ich. Verdammt. Der reicht tatsächlich nicht. Ich klicke. Ich klicke Schaden. Nehmen Sie gefangen. Was? Wieso? Achso, du meinst die Daffari. Ne, kann ich noch nicht. Ich habe noch kein Rat. Ich habe das Game schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe kein Rat dafür. Das war so. Ja. Braucht man da nicht ein Dachsymbol? Es ist einfach, wir sind hier so am Ende des Flusses etwa und laufen einfach nochmal hin. Aber da ist wieder her. Ich habe ein Dachsymbol. Oh.